Halli, hallo, miau und woof. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cat Quest 2. Und wir machen uns direkt wieder in diese blöde, bescheuerte Höhle. So viel haben wir von der Höhle noch nicht gesehen. Ach so. Aber sie war ja bis jetzt bescheuert, oder nicht? Wir sind ja da gestorben, ne? Soll ich dich daran erinnern, ne? Na, auch ein Kranlinger. Okay, also. Können wir es noch mal da hinten probieren? Ja, ich bin mir so gut. Warte. Oh, das geht doch. Ich glaub, dass wir sie noch weiter aufbessern, weil wir genug Geld haben, ne? Ich brauch nen neunster Magierstab. Ich muss 10.000 Schaden machen. Ja. Wie wir alle. Oh Gott. Oh Gott. Hier Richtung ist vielleicht besser. Ja. Katzenpumpe. Ah je. So. Wir sind doch hier unten. Was meinst du? Au! Au! Mann, dein Ernst jetzt! Lauf! Oh! Nein! Mann! Wo läufst du denn eigentlich? Ja, ich weiche aus! Siehst du das nicht? Ja, und wir haben jetzt noch mehr Gegner an der Backe. Ja. Hier vor. Ich kann ja schlecht in die Fallen zurück ausweichen. Oder? Ja? Ja. Ja, Nyx. Ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt... Ich bin dran. Ich bin dran. Ja. Natürlich. Und was bei Level 45 von der Dinger ist? Und wir sind Level 51, ne? Ja, also mal gucken, ob man den Dings findet. Und die für die Nebenquests. Ich will jetzt erstmal wissen, was das hier ist. So, dann guck... Weil jetzt ist die nämlich da unten weg. Und jetzt guck ich nochmal auf die Karte. Ja! Ja, und die ist ja trotzdem noch da, ne? Glaube ich. Ach, ich hab doch gar keine Ahnung. Es muss doch irgendjemanden geben, der Hilfe braucht, oder nicht? Ja, was man gucken kann, ist, ob bei irgendwie zu Lupus doch irgendwie was ist. Hier müsste man doch auch die Steine sehen, oder? Ja, hier sieht man zumindest mal die. Da ist der auch. Königsmarke. Ah, okay. Ja, die haben wir ja schon. Okay. Aha. Interessant. Ah, guck mal, da ist der Typ. Da mit der Hauptquest, wo wir dann weitermachen. Da ist doch eine. Und ich glaub, die muss man trotzdem immer irgendwie zurücksetzen, dass man auf der Karte dann sehen kann, ob jemand anderes noch. Das war im ersten Teil natürlich besser. Da hattest du dann die... So eine Questliste, oder sowas. Schwarzes Brett. Weißt, egal ob du jetzt die Hauptquest dran hast, oder nicht. Schnurrplatz. Ah, das ist Katspital. Katspital ist grad keiner, der... Sonst nix. Aber da ist so einer. Ah, da ist diese... Ach, das ist da, wo der, wo der Magier drin war, ne? Das ist der tiefe Wald. Das ist der tiefe Wald. Ja, also ich denk mal, wir gehen erstmal zu dem Turm. Mhm. Und dann... Irgendwie... Zu dem Schnurrplatz. Genau. Okay. Also erstmal hier irgendwie, ne? Ja, erstmal an Katspital vorbei. Weil ich hab jetzt echt keinen Bock auf ständig in... in ne Höhle rein, wo wir sowieso immer nur abkratzen. Mhm. Oder hast du da drauf? Nee. Und dann können wir es ja dann noch mal ausprobieren, oder so. Ja. Ja, ich glaub wir sind zu hoch. Soll ich nochmal... Ja, da, da unten ist. Ah. Das Buch der ersten Dings. In der Zeit vor Königen und Zaubergeistern lebten einst die alten Meister. Ja. Sie schufen eine große Zivilisation. Bäh. Zivilisation. Aber hinterließen eine zerstörte Nation. Okay. Ah ja. Genau. Sollen wir uns trotzdem mal wieder... Nee. Weil dann müssen wir eigentlich von hier einfach nur... ein Katspital vorbei. Dann... ein Katspital vorbei. Und so weiter. Also einfach ein Katspital vorbei. Nein. Ich... bin... hab nicht verlaufen. Ah, guck mal. Die Drachenblüter waren Elias treu, hatten geschworen eine Erkrankung. der Erde neu. Als die Verbannung kam, so gut kämpften sie mit Macht und Mut. Oh. Okay. Ah. Also lassen wir uns hier wieder... Ja. Schwimm mal die Stufen hoch. Schnurrplatz. Ah. Psst. Hier. Hey. Ich verstecke mich im Gebüsch. Könntet ihr mir helfen, gestohlene Vorräte zurückzubekommen? Ja. Vorräte verschwinden dauernd. Deshalb habe ich mich in diesem Busch versteckt, um die Situation zu überwachen. Stellt sich heraus, dass die königlichen Soldaten die Vorräte für sich selbst gestohlen haben. Ist das eine Aussage? Ja. Also keine Fragen. Okay. Entschuldigung. Es gibt zwei Wege, die sie normalerweise nehmen. Diesen und die. Sie sind gerade losgegangen. Also wählt den richtigen Weg und holt die Vorräte zurück. Sollen wir... Nein. Ach guck mal, wer da oben hängt. Aus irgendwelchen Gründen schaffe ich's immer direkt. Ich hab keine Ahnung. Ja okay. Teil die Vorräte auf, damit wir einige zurückgeben können. Oh. Miau. Wir wurden nettaft. Oh Rocky. Äh. Hilfe uns. Miu. Miau. Ich glaube sie sind weg. Oh Gott, sie sind noch hier. Nehmt es einfach. Nehmt uns nicht fest. Lauf. Du nimmst die Vorratskizze. Danke für die Vorräte. Ich werde sie später verteilen. Nimm das hier. Wir sind ein gutes Team. Kommt und findet mich wieder. Oh Gott sei Dank. Er hat noch eine Quest. Hey, ich bin's wieder. Hier gibt es Verräter. Ihr müsst mir helfen, sie zu konfrontieren. Ja, natürlich. Da sind verräterische Stadtkatzen. Die unser Gold an die königlichen Soldaten geben. Oh Gott, sie treffen sich in der kinderleichten Höhle. Geh und bring ihnen das Fürchten bei. Ja. Aber erst speichern. Einfach. Aus Prinzip. Level 25. Hier sind die Vorräte. Ich hoffe, das reicht erstmal aus. Äh, äh, jemand ist hier. Äh, lauf. Wir haben wieder das durch... Ach, ich, 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 ich bin hier. Findet mich, nicht die anderen, mich. Okay. Wollen es eh alle. Natürlich. Ähm, ja. Ja. Ja, eigentlich ist das nicht so richtig. Au. Warte mal ein Moment. Ja, vorher. Manker, fang. Oh, erst da was auch, oder? Ja, ich warte noch. Bissi, die anderen sind unschuldig. Wenn ihr jemanden festnehmen müsst, dann nehmt mich fest. Äh, warte! Ich erinnere mich, dass Kiri sie vorgestellt hat. Sie sind die Königsblüter! Meine Königin, die diese Soldaten verstoßen, um uns den Stadtkatzen zu helfen. Ohne sie müssen wir alle unsere Feuerwehr und unser Gold der Armee für den Krieg geben. Meine Königin, ihr sagt, ein Busch hat euch hinterher gesendet. Dieser Busch muss ein Spion sein. Wir müssen diesen Busch entdecken. Eure Miositäten, bitte trefft mich draußen. Ja, erst mal hier mal rein. Wieder Axt. Erst mal gucken, ob hier nicht doch irgendwie... Aber die Höhle ist ja noch nicht ganz fertig. Nö. Und das hier sieht mir irgendwie... Hier ist aber verdächtig aus. Ich warte noch ein bisschen. Axt. Axt! 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 Wir waren doch... äh, wir waren doch... am... waren am Putzen. Eismagier-Stab, okay. Okay, ich glaub, sollen wir das hier nehmen? Ich denke, komm mal wieder, genau. War doch. Äh. Äh, hallo? Hallo, sie? Wir werden uns hier wieder treffen. Eure Miaussitäten, ich denke... Ich denke mir einen Plan aus. Oh, und nimm das. Wieder helfen. Ah, guck mal, das war nicht der Lauf. Ich bin ruhig. Eure Miaussitäten, wir haben einen Plan, um den Busch zu entbuschen. Werdet ihr uns helfen? Nö. Ja, natürlich. Eure Miaussitäten, ihr werden... Ihr werden den Busch an den von mir markierten Ort locken müssen. Ihr werdet... Ja, ja, das ist... Ja, das passiert. Tippfehler oder so. Ich denke mal, der ist einfach durcheinander, der Typ. Wegen dem Busch, halt eben. Der Zauberer wird ihn fangen und die Wahrheit unter diesen Blättern herausfinden. Viel Glück. Hauptsache, erst mal schlafen, ne? Sollen wir das machen? Ihr seid endlich zurück. Ich wette, ihr habt diesen Verrätern eine Lektion erteilt. Ja, natürlich. Ich muss euch etwas bestätigen. Geht voran, ich treffe euch dort. Ja, ja. Äh, was soll das denn hier? Äh, ausdrücken rum, ich glaube. Komplett außen rum. Also, was sollte ich mir ansehen? Hab ihn. Er verwendet einen Zauberspruch, um sich zu verstecken. Ich werde ihn entzaubern. Was? Was ist das? Was tust du? Meine Zahnung! Geil, Verräter der königlichen Armee. Ihr werdet dies bereuen. Ihr wisst nicht, wer ich bin. Ich bin Agent 007. Der beste Spion der Armee. Meine Agenten sind überall. Agent 8. Agent 10. Haut ab! Ihr werdet dafür bezahlen, dass ihr meine Zahnung zerstört habt. Oh ja, 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 ja. Oh, der wurde durch den Gäste frei. Oh, ja, 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 ja. Wenn ihr den Spion besiegt habt, bittet ihm dies! Okay, dann wird die Städte, als Magier starb. Wir werden weiter den Stadtkatzen und Magiern helfen. Viel Glück, eure Miositäten! Okay, guck mal. Zumindest mit... Also das ist jetzt die Hauptquest wieder. Soll ich dann mal gucken, vielleicht hat sich irgendjemand noch bereit geklärt ein Problem zu haben, mit dem Helfen? Wie gesagt, ansonsten müssen wir halt vielleicht doch nochmal nach Lupus. Kann ich da überall in die Wüste auch? Ja, klar. Auf. Oh, da ist eine Kiste! Ja, da ist super! Du musst bestimmt fliegen können oder so. Also hier will keiner was, anscheinend. Da kommen wir nicht rein. Probleme. Der hat Probleme. Das wäre unter Umständen der Verbannte. Da sind Leute, die Probleme haben. In der Photase. Photase, okay, dann... Dann müssen wir... Und hier! Thron des Lupus! Also in der Hauptstadt sozusagen. Ja. Und hier ist auch noch so ein Turm. Also ein Turm, ja. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt... Warte mal, hier war doch... Also... Äh... Hier bei den... Hier drüben war doch einer von diesen Turmen, ja. Okay, dann gehen wir den jetzt rein kommen. Ja, dann kommen wir direkt hier hin. Dann kommen wir zumindest mal hier hin, so. Ja. Also... Klar, natürlich. Ich muss das Ding einsammeln, wenn ich irgendwas sonst nix behörst. Sollen wir mal in so Höhlen reingehen oder sowas? Ja, wo ist denn gerade die Höhle? Hier vorne, das ist die gebundene Höhle, hier. So ein Parvital. Also, da dürfen wir jetzt nicht schreien, wenn wir die Höhlen reingehen. 25, ja. Ah. Okay. Der Heim ist voller Stab. Mhm. Okay. Ah, guck, guck mal, da drüben ist... Wo kommen wir denn? Hier aus der Luft. Es war sowieso noch Gold drin, aber... Besser ist gar nicht. Hallo, Gold ist Gold. Gold ist Gold. Ah! Oh, gemein. Ja, ja, ist sehr gut. Aua, jetzt hab ich auch immer Haar. Oh, Kopfverhaltenmeister. Wir sind halt so 30 Höhlen. Und dann aber... Kannst du bestimmt... Es ist halt... ... so ein Set, da gibt es bestimmt auch noch die Höhlen. Oder sowas. Sollen wir dann hier wieder ran, ja? So, dann ist da wenigstens kein Fragezeichen mehr. Ja. So, dann. Ach ja. Können wir ja hier jetzt auch mal noch ein bisschen da rum erkunden. Heeres Loch. Level 50. Oh, da war noch ein Stein, wenn wir den noch nicht... Das war doch doch, das war der Stein von der anderen Seite. Ah. Das klingt ja aber nix. Ja, ich dachte natürlich, ich bin da. Nee, dann. Ah, Mann. Ja. Ah, cool. Du musst 20. 20%. Knacks. Kritisch, plus 100 oder so? Ja, ja. Was sind eigentlich diese Dinger da? Äh. Level 30 war das. Dote ziehen. Teste deinen Mut und unser Schatz wird dein. Ah, dann scheiße. Ah, okay. Ja, hallo. Wir sind da. Melle 2. Okay. Wettbewerb abgeschlossen. Okay. Der Schatz gehört dir. Cool. Schade, rote Schneider. Was ist das? Ah, da ist mal so eine komische Säule dahinten. Okay, dann werden wir hier anscheinend auch fertig. Von den Dingen gibt's auf der anderen Seite auch noch welche. Der Spielfeld müsste schon im Zweifels halt auch noch mal reinziehen. 32. Oder? Ich liebe diese Dinger. Wow! Okay, gut. Au. Oh, god. Oh, god. Oh, god. Oh, god. Der kommt doch. Ah, Entschuldigung. Du, da könntest ja auch mal warten, bis ich das alles eingesammelt hab. Nee. Schal auf roter Helm. Gesundheit bis 2014. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt runter zu uns, hm? Ja, ja. Jetzt müssen wir einmal außenrum dann. Ja, ja, ja. Du. Dann musst du mit mal vor. Da müssen wir mal runter sein. Du. 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 An welcher bringt das sehr viel schon mal ab? Ja. Oh. Was mach ich denn? Das weiß ich. Oh, toll. Ich bin die ganze Zeit über einen Rumpelrollen. Weißt du? Weil... Ich hoffe, der Helm ist weg. Mhm. Entschuldigung, aber irgendwie weiß ich nicht, wie das passieren konnte. Warte mal, dann machen wir das. Ja. Nein, diesmal darf ich nicht. Geheimnisvoller Schaden. Schön. Ist halt die Frage, was ist alles der Helm ist voller Schaden, ne? Alles. Okay. Also, entweder gehen wir jetzt hier weiter. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen nach Lupus, ne? Ja. Ja. Dann gehen wir lieber dahin, weil wir da speichern können. Ja. 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 Wir sind da ja etwas zu skriptisch. Ja. Deswegen will ich auch eigentlich so schnell es geht eigentlich irgendwo speichern, Mann. Ja. 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 Die Soldaten haben gerade diese furchtbaren Brust aufgehängt. Sie verbreiten nur mehr Hass und ziehen diesen Krieg in die Länge. Unannehmbar. Vergrabt sie. Hust. Eure Hoheiten. Hust. Ich werde die Br... Pro... 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 Du willst diesen Krieg beenden wie ich. Also werde ich nicht fragen, woher du kommst. Viel Hundeglück! Wir werden sehen, ob wir... Hunde vor Katzen Eigentor. Bellen. Jawohl. Außerdem spucken Katzen Haarballen aus. Ah. Okay. Du vergräbst das Prosa. Hunde sind viel klüger als Katzen. Katzen sind doof. Welpenschaftlich erwiesen. Wuff. Ja, du hast damit wohl kein Problem, ne? Ja, ich bin ja auch Hund. Hunde sind viel niedlicher als Katzen. Wir wollen mehr Hunde-Videos. Blöde Katzen. Hallo? Oh, oh. Ich hab gesehen, was ihr gemacht habt. Ihr frechen Hunde. Und ist nicht einer von euch eine Katze? Nein. Ihr werdet das so bellig bereuen. Hunde vor. Katzen Eigentor. Die machen ganz schön viel Schaden. Die machen ganz schön. Oh, ihr habt es geschafft! Wie von ehrhaften Königinnen erwartet. Nehmt die! Hundesoldatenrüstung. Ich werde hier sein, falls ich weitere Hilfe benötige. Hundeglück, eure Hoheiten! Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die nächste Festung auch nicht besonders einfach ist. Jetzt sind wir 53. Meinst du, das hat jetzt irgendwas gemacht? Sollen wir mal gucken? Eure Hoheiten, die Propaganda ist zurück. Wir müssen sie dauerhaft stoppen. Oh Gott. Böser Dokus? Okay. Sollen wir das einfach trotzdem mal probieren? Der Künstler, der diese Prost erzeichnet, hat keine andere Wahl, als sie weiterhin zu machen. Weil er arm ist und hungert. Wir müssen ihm Hundekuchen bringen. Der dort bellt, dass es einen illegalen Vorrat mit Hundekuchen gibt. Was? Der dort bellt, dass es einen illegalen Vorrat von den Soldaten versteckt. Er wird sich uns für das Allgemeinwohl überlassen. Äh, äh, tut mir leid, Sir. Ich werde Ihnen zeigen, wo es ist. Folgt mir. Ich glaube aber eher nicht, ne? Bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Guck mal, wie der schon rumläuft. Das ist nett. Ne, ne, ich vertraue ihm nicht. Ähm, wir haben ein Problem. Und welches? Ich kann mich nicht erinnern, wie welchen Typen wir den Hulu-Tro-Programm haben. Siehste? Warum sucht er dich einen aus? Ja, das wäre jetzt egal gewesen. Ja, das ist super. Bela, außer diesen Generallehrerin mich nicht zu ärgern. Hm, aha. Sechzig. Oh, was? Folgende Spur. Warum hinterlässt er auch Spuren, der blöd Mann? Ich bin doch Hund. Ach so, ja, stimmt, ja, stimmt. Seid ihr sicher, dass ihr euch nicht gefolgt seid? Ganz sicher, ehrlich, dieser Renate ist ein Witz. Er sagt, er folgt seinen eigenen Überzeugungen. Aber ich wette, er ist einfach ein Katzenanhänger. Wir müssen ihn loswerden. Oh, das ist nicht gut. Hallo! Sie sind euch gefolgt. Haltet eure forchten Nasen bereit. Ja, 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 ja. Ja, ich bin auf jeden Fall der, der auf dem Boden liegt. Du bist der, der auf dem Boden liegt. Ja, so wie ich. Ach, das ist aber eben war ja so an sich ganz gut gelaufen. Na gut, dann... Dann machen wir die Quest vielleicht erst mal noch nicht. Hm. Sollen wir dann... ...nochmal die... ...da müssen wir... ...also mal gucken, weil wir nun nicht irgendwo einer von diesen komischen... Hier ist der Foto... ...Grundkassel... ...und das wäre nett. Da steht nur B... Äh... ...da steht gar kein Licht. Aber wenn ich hier... ...oder Marke da, genau. Posting 6. Hört, geflüstert, dass ihr nicht seht. Lauf, please, solange es noch geht. Auch die Könige fürchten ihn gar. Seine Korruption wird wach. Das ist ja schon praktisch, wenn wir jetzt hier dann... So, dann müssen wir wieder zurück auf die... ...andere Seite? Ja, ich weiß nicht. Achso, wenn wir die... Die Hauptquest nochmal... Jetzt sind wir ja 54. So, mal dann... ...ist das dann hier? Achso, nee, hier ist noch zu... Ähm... Warte, warte, warte. War das dann nicht hier... ...hier? Das heißt, sollen wir das nochmal probieren? Ja. Oh, der ist präsent. Blablabla. Geil, das hat jetzt nur noch... ...einen Stern. Wir müssen das irgendwie hinkriegen, ja. Blablabla. Ja. Ja. Ja, wir haben jetzt ein ganzes... ...mhm, mhm, mhm, mhm. Ja, 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 Norden. Okay. Sollen wir dann hier... ...sitze hier speichern? Und dann in der nächsten Folge das nochmal angehen. Okidoki. Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.